Super, Herr Keller, wie hat es Ihnen gefallen? Also ich war total begeistert. Es ist eigentlich so abgelaufen, wie ich es mir erwünscht habe und besser kann es eigentlich nicht sein. Super und was sagen Sie zu den Gewinnern? Sind sie Ihre Favoriten gewesen? Haben Sie sich schon gedacht? Also bei den Damen war es tatsächlich auch mein Favorit. Bei den Herren hatte ich es umgedreht, Platz 1 und 2, aber beide waren bei mir ganz vorne. Und es war ja auch ganz knapp, nur 10 Punkte Differenz. Super und können Sie schon ein Resümee so für die Classis Galerie ziehen? Also ich denke mal, man hat es gesehen. Die Kandidaten hatten Spaß, die Besucher hatten Spaß und mehr wollten wir eigentlich nicht. Super, dann noch viel Spaß beim Feiern und einen schönen Abend noch.